Ich bin der Basti, ich stelle euch heute Istanbul vor, das jetzt ganz frisch zum Kennerspiel des Jahres nominiert worden ist. Ist übrigens das einzige Spiel, das wir noch nicht rezensiert haben von den Nominierten. Also wenn ihr jetzt mal links hier oben und rechts links klickt, dann findet ihr zu den anderen Nominierten Spielen zum Spiel des Jahres und zum Kennerspiel des Jahres. Die Kinderspiele haben wir uns nicht angeschaut bisher. Ja, Istanbul aber ist von Rüdiger Dorn und bei Pegasus Spiele erschienen. Der Redakteur ist allerdings Ralf Brun, der ja früher seinen Eigenverlag Hall Games hatte, von dem Spiele wie Luna und Elvecchio sind. Also sozusagen als externer Redakteur, trotzdem jetzt hauptmäßig wirklich von Pegasus vertrieben und dort erschienen. Und ja, insgesamt geht es bei dem Spiel um den Bazar, um das Bazarviertel in Istanbul und wir versuchen als Händler in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Rubine zu erhandeln, zu erwirtschaften und einzusammeln. Das ist das Spielziel. Ja, ganz nettes Handelsthema auf jeden Fall. Vom Anspruch her ist es denke ich in der Kennerspielkategorie gut aufgehoben. Das ist anspruchsvoller als jetzt ein, sag ich mal, ein klassisches Familienspiel, aber auch nicht wirklich so komplex wie ein richtiges Vielspiel, das ist jetzt schon mal vorneweg. Ja, wir schauen uns das Ganze jetzt an. Ich zeige euch die Spielregeln und danach sage ich euch natürlich, wie ich das Spiel finde und ob es die Nominierung zum Kennerspiel tatsächlich auch dann verdient hat. Das ist jetzt der Spielaufbau von Istanbul hier für drei Personen. Wir haben hier ein Bazarviertel, das aus 16 dieser Plättchen, dieser Orte zusammengebaut wird. Das kann man entweder beliebig tun, da gibt es nur ein paar kleine Regeln zu beachten oder nach einer vorgegebenen Startaufstellung, hier zum Beispiel ist das normale Spiel. Das kann man also jetzt hier nach diesen Zahlen ordnen, zum Beispiel 1, 2, 3 und 4. Hier seht ihr noch kleine Zahlen, das ist dann so ein Einsteiger oder so ein fortgeschrittenes Spiel auch. Gut, hat man das geschafft, bekommt jeder Spieler so einen Handkahn hier. Darauf hat man solche Marker. Hier hält man also fest, wie viel Waren welcher Sorte man letztlich zur Verfügung hat oder schon eingesammelt hat. Dann hat man hier einen Stapel, das sind hier kleine dünne Scheiben, das sind unsere Gehilfen und eine dicke Scheibe mit einem Aufkleber, das ist unser Händler. Der hat eine besondere Funktion. Ja, jede Familie hat auch noch ein schwarzes Schaf, das sitzt hier in der Polizeiwache ein und dann bekommt jeder Spieler eben noch hier so ein Startkapital. Der Startspieler startet mit zwei, jeder weitere Spieler in Zugreihenfolge bekommt einfach ein Lira, eine türkische Lira mehr. Ansonsten legt man hier eben auch noch solche Plättchen aus und Rubine auf die entsprechenden Felder und man muss hier noch auswürfeln, wo welcher Marker landet. Wir haben hier den Diplomaten, das ist dieser Villane, der landet jetzt meinetwegen auf dem Feld 6, hier. Und dann haben wir noch den Schmuggler, der auf dem Feld 8 landet, das ist hier. So, das Spielziel bzw. das Spielende läuft jetzt folgendermaßen. Hat ein Spieler es geschafft, die vorgegebene Anzahl an Rubinen und das ist nämlich das, worauf es hier eigentlich ankommt, eingesammelt. Dann endet das Spiel bzw. wird die Runde einfach noch zu Ende gespielt und danach wird einfach verglichen, wer hat jetzt mehr an Rubinen eingesammelt. Das muss nicht unbedingt der Spieler sein, der das Spielende auslöst, denn es ist durchaus möglich, dass er noch überholt wird. Und ja, dann wird einfach geguckt, wer hat mehr Rubine, ist da Gleichstand, wer hat mehr Waren bzw. mehr Geld, mehr Waren und der letzte Gleichstandsbrecher wäre, wer hat mehr an diesen Karten hier. Das grundlegende Spielprinzip von Istanbul ist sehr simpel. Wir haben hier sehr schön einen Spielzug abgebildet auf dieser Spielerübersicht, die für jeden Spieler mit dabei ist. Der Spielzug besteht aus vier Schritten, sind die abgehandelt, ist einfach der nächste Spieler an der Reihe und man wartet eben so lange, bis man wieder dran ist. Diese Schritte hier sind teilweise optional, einer ist allerdings verpflichtend, das ist gleich mal der erste und das ist die Bewegung. Sprich, ich bewege mich mit meinem Händler und darf auf keinen Fall auf dem Feld stehen bleiben, auf dem ich meinen Spielzug begonnen habe, außer eine der Karten erlaubt ist mir hier. So, mit dem Stapel hier ziehe ich jetzt einfach weiter um bis zu zwei Felder, das Ganze muss orthogonal, also waagrecht und senkrecht, nicht diagonal verlaufen. Ich kann also hier ums Eck gehen, eins, zwei oder ich kann eins, zwei oder ich kann einfach nur ein Feld weiterziehen. So, das mache ich jetzt einfach mal, eins, zwei lande ich jetzt auf einem Ort hier und hier muss ich jetzt einen meiner Gehilfen absetzen. Oder aber, wenn schon ein Gehilfe liegt, dann nehme ich den Gehilfen hier wieder auf. Sollte ich mit meinem Händler allein unterwegs sein und kann keinen Gehilfen aufnehmen an dem Ort, dann endet mein Zug sofort. Ich bin also nie wirklich bewegungsunfähig, aber ich verliere natürlich einen kompletten Zug. So, angenommen, ich bin jetzt hier angekommen und hier steht noch ein anderer Händler, dann kommt es zum Schritt 2, das ist die Begegnung. Ich muss alle anderen Händler, die hier stehen, ausbezahlen. In dem Fall jetzt eben zwei Lira pro Händler, also zwei Lira an den grünen Spieler. Und kann oder möchte ich das nicht tun, dann endet auch hier mein Zug sofort. Das heißt, also eigentlich will ich ihn schon ausbezahlen, damit ich hier nämlich in Schritt 3 die Ortsaktion durchführen kann. Denn deshalb bewegt man sich ja hier über den Bazaar. Jeder Ort hat eine spezielle Funktion, die sind teilweise ein bisschen ähnlich, aber im Grunde ist jeder Ort, ja, hat eine unterschiedliche Aktion, die man hier ausführen kann. Die Ortsaktionen werde ich dann gleich nach der grundlegenden Spielzug-Erklärung erklären. Ja, und jetzt kommt es noch zu Schritt 4. Es kann nämlich sein, dass ich auf einem Feld gelandet bin, wo jetzt hier der Diplomat steht oder der Schmuggler steht oder das Familienmitglied eines anderen Spielers steht. Steht hier also meinetwegen drauf, der, ja, das Familienmitglied des grünen Spielers, dann muss ich ihn verpflichten, zurück in die Polizeiwache schicken und ich erhalte dafür entweder drei Lira aus der Bank oder ich bekomme eine Karte von diesem Kartenstapel hier. Ja, ansonsten haben wir eben noch Schmuggler und Diplomat. Diese beiden sind freiwillig. Zunächst einmal muss man dann den Diplomaten abhandeln. Hier kann ich mir jetzt eben eine Bonuskarte vom Stapel nehmen und dann eine andere dafür ablegen. Das heißt, ich kann meine Handkarten verbessern oder aber, wenn ich keine Handkarte ablegen möchte, kann ich die auch behalten und einfach zwei Lira in die Bank zahlen. Dann darf ich sie einfach so behalten. Ähnlich funktioniert auch der Schmuggler. Hier kann ich jetzt entweder zwei Lira zahlen, um mir eine Ware zu nehmen oder aber ich gebe eine beliebige Ware ab, um eine andere hier zu bekommen. Ganz, ganz einfach. Das ist jetzt also der grundlegende Spielzug und jetzt kommen wir zu den Ortsaktionen. Wir gehen einfach mal der Reihe nach durch. An der Wagner-Reich hier kann ich sieben Lira bezahlen, um meinen Handkarten auszubauen. Eine Ortsaktion darf nur einmal durchgeführt werden pro Zug. Man kann die also jetzt nicht hier mehrere auf einmal kaufen, das wäre nicht erlaubt. So, ja, hat ein Spieler jetzt alle drei Ausbauten hier im Laufe des Spiels sich dazu gekauft, dann bekommt er hier einen Rubin, den er schon mal hier vor sich ablegen kann. Dann haben wir hier Tuchlager, Gewürzlager und Obstlager. Die funktionieren alle sehr, sehr ähnlich. Lande ich also mit meinem Händler hier und darf die Aktion ausführen. Dann fülle ich einfach hier zum Beispiel im Tuchlager mein Tuchvorrat auf volle Kapazität. Also es kann halt sein, dass ich schon drei Tuch habe, dann darf ich auch nur auf fünf auffüllen oder ich habe null und kann komplett auf fünf auffüllen. Das ist natürlich am effektivsten. Ja, genauso funktioniert es hier mit den Gewürzen Grün und dem Obst Gelb. Dann haben wir hier das Postamt, landet hier ein Spieler. Dann nimmt er sich einfach alles, was hier offen ausliegt. Wir haben hier zum Beispiel Gewürz, ein Geld, ein Obst und nochmal ein Geld. Eine türkische Lira. Nach dem Zug, nach der Ortsaktion wird einer dieser Würfel hier nach unten geschoben und der nächste Spieler, der darauf kommt, hat jetzt schon mal wieder eine andere Auswahl. Ja, das Ganze geht so lang, bis also der letzte nach unten geschoben wird. Da ist natürlich jetzt die Auswahl am besten, denn man bekommt hier schon mal Tuch, Zweigeld, Zweigeld und einen blauen Schmuck, eine wahre Schmuck sozusagen, die deutlich wertvoller ist, als die anderen waren. Ja, und nachdem der Spieler sich das genommen hat, kommen alle Würfel einfach wieder nach oben. Das heißt, hier ist auch so ein bisschen Timing gefragt, wann man dann das Postamt besucht. Landet man hier auf der Karawanserei, dann darf man entweder zwei Karten vom Stapel oder zwei Karten vom Ablagestapel ziehen, der hier im Laufe des Spiels entsteht oder aber eben gemischt. Das ist übrigens die einzige Aktion, bei der man hier vom Ablagestapel ziehen darf. Anschließend nimmt man alle Karten, die man hat, also alle Handkarten, auch die man schon vorher hatte und muss jetzt eine Karte aussuchen, die man einfach hier auf dem Ablagestapel legt. Ansonsten habe ich bei diesen Karten, das habe ich jetzt beim Spielzug vergessen, immer die Möglichkeit, pro Zug beliebig viele dieser Karten einfach auszuspielen während meines Spielzugs. Die bringen einen bestimmte Vorteile. Zeige ich gleich mal zum Beispiel hier, ich nehme mir eine Ware meiner Wahl oder hier, ich darf eine spezielle Ortsaktion zweimal ausführen oder ich darf am Markt beliebig viele oder beliebige Waren verkaufen, muss mich nicht an Vorgaben halten und so weiter. Ich zeige dir nachher noch einfach ein paar Sachen, die es dann noch gibt. Ja, landet man auf dem Brunnen, dann darf man hier die Ortsaktion sogar ausführen, wenn man nur mit dem Händler allein da ist, denn der Brunnen erlaubt es dem Händler beliebig viele seiner Steine wieder zurückzuholen. Das heißt, ich kann auch welche liegen lassen, was durchaus Sinn macht, aber auch einfach wieder welche hier einsammeln und mehr darf ich hier aber allerdings auch nicht tun. Dann geht es halt von hier aus wieder los. Der Schwarzmarkt ist jetzt eine Möglichkeit, hier an Schmuck ranzukommen und zwar muss ich hier eine Ware aus meinem Handkahn abgeben, würfel dann mit zwei Würfeln und je nachdem, was das Würfelergebnis hier anzeigt, darf ich mir entweder ein, zwei oder drei Schmuck nehmen. Würfel ich allerdings eine Zahl unter sieben, gehe ich leer aus und habe die Ware umsonst ausgegeben und eben gar nichts bekommen. Ja, dann haben wir hier die T-Stube. Bei der T-Stube, das ist so ein bisschen wie ein kleines Casino. Ich ziehe hier also drauf, sage an, eine Zahl von drei bis zwölf. Dann würfel ich und habe ich also die angesagte Zahl erreicht oder vielleicht sogar eine höhere Zahl gewürfelt, darf ich mir ja Geld in Höhe der angesagten Zahl nehmen. Sollte ich mich ja verspielt haben, beziehungsweise zu viel riskiert haben, dann bekomme ich aber auf jeden Fall zwei Geld. Also es ist nie ganz umsonst hier. Ja, als nächstes kommen jetzt hier noch großer Markt und kleiner Markt. Die unterscheiden sich eigentlich nicht großartig, außer an den Waren, die man hier abgeben kann, denn jeder Markt hier hat solche Bedarfsplättchen, die man sozusagen befriedigen muss. Ziehe ich also jetzt hier hin, dann kann ich also diese Waren hier verkaufen. Zwei Schmuck meinetwegen und ein Obst und ein Gewürz und ein Tuch. Also man muss aber nicht alle abgeben. Hier steht nämlich so eine kleine Auflistung. Gebe ich zwei der gewünschten Waren ab, kriege ich meinetwegen sieben, gebe ich alle fünf ab, sind es schon 25 Geld. Das Gleiche ist beim kleinen Markt. Das funktioniert genauso. Hier hat man seltener solche Schmuck Waren abzugeben. Dafür springt auch letztlich weniger Geld raus. Hier sind es zum Beispiel jetzt bei fünf abgegebenen Waren nur 20, statt 25 beim großen Markt. Ja, dann kommt die Polizeiwache. Ziehe ich hier drauf, kann ich meinen Familienmitglied losschicken, dass hier irgendwo auf dem Spielplan einfach mal eine Ortsaktion durchführt. Diese Figur hat keinerlei Begegnungen mit Händlern oder solchen Diplomaten und so weiter, sondern ich mache einfach nur die Aktion und ich kann natürlich die Polizeiwache dann nur ausführen, wenn hier auch eins meiner Familienmitglieder steht. Denn ist er noch in der Stadt unterwegs, kann ich ihn natürlich nicht losschicken. Das heißt, mich freut es dann auch, wenn ein Mitspieler auf ein Feld zieht und der letztlich wieder zurückkommt. So, jetzt kommen wir gleich zu den Feldern 13 und 16. Das ist nämlich sozusagen die Haupteinnahmequelle an Rubinen. Hier gibt man einfach entsprechende Anzahl an Waren ab und kriegt dann hier ein Rubin dafür. Also hier blau, rot, grün, gelb, eine beliebige Ware und dann kriegt den Rubin. So, jetzt sieht man aber, das Ganze wird jetzt teurer, je mehr Rubine weg sind, umso höher ist die Nachfrage, umso mehr steigt der Preis dann natürlich. Es wird also der belohnt, der hier frühzeitig da ist. Genauso funktioniert das hier beim Edelsteinhändler. Hier zahlt man einfach Geld und jeder Rubin, der weggenommen wurde, erhöht den Betrag, den man zu zahlen hat, um genau ein Geld. Ja. So, und dann haben wir jetzt noch hier die kleine und die große Moschee. Hier kann man sich Vorteilsplättchen sichern. Jeder Spieler natürlich nur eines. Für jeden Spieler ist auch eins da, außer im Spiel mit fünf Personen. Da sind die dann etwas verknappt. Und man muss hier jetzt praktisch ein bisschen was bezahlen. Man muss erstmal hier die angegebene Menge an Waren vorweisen können. Also hier, ich muss zwei Tuch haben und eins davon gebe ich ab. Der nächste Spieler muss schon drei Tuch haben und eins davon abgeben. Und der nächste muss schon vier Tuch haben und eins davon abgeben. Was allerdings nur möglich ist, wenn man auch seinen Karren hier entsprechend ausgebaut hat. Hat jetzt ein Spieler beide Plättchen in einer Moschee. Also entweder von der kleinen oder von der großen darf er sich auch hier den entsprechenden Rubin hier unten aus der Ecke nehmen. Also hier und hier würde das auch nochmal gehen. Gut. Ja. Und so kann man hier im Lauf des Spiels einfach seine Rubine sammeln. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu diesem Plättchen hier. Mit dem Plättchen kriege ich einfach meinen verbliebenen Gehilfen, der zunächst weit draußen bleibt. Den darf ich dann sofort zu meinem Händler mit hinzunehmen. Hier darf ich zwei Geld ausgeben, um einen meiner Gehilfen zu mir zurückzuholen. Einfach mitten im Zug. Dieses Plättchen ist sehr schön. Das erhöht einfach einen oder ja einen Würfelwurf, denn ich darf einen meiner Würfel auf eine 4 drehen. Das ist schön bei der T-Stube oder hier am Schwarzmarkt sehr hilfreich auf jeden Fall. Und dann hier, hier darf ich jetzt, wenn ich in einem Lager bin, das ist dieses Symbol hier, also hier oben in der Ecke dann zu finden. Von der Ikonografie ist er wirklich gut gemacht. Darf ich zwei Geld ausgeben, um mir eine beliebige andere Ware hier zu kaufen. Ist also auch so eine Möglichkeit, wie man noch an andere Waren herankommen kann. Ja, das sind so die Vorteile von den Plättchen. Und jetzt schauen wir uns einfach noch ein paar Karten an. Hier diese Karte erlaubt es mir zum Beispiel, mich einmalig um 3 bis 4 Felder statt 1 bis 2 Felder zu bewegen. Hier kann ich den Sultanspalast doppelt ausführen. Ich könnte mir praktisch, wenn ich genug Waren habe, hier 2 Rubine kaufen in einem Zug. Ja, beliebige Ware hatten wir schon. Dann hier einfach doppelt den Edelsteinhändler ausführen. Einfach mal 5 Geld nehmen. Ja, das kann man auch einfach mal auf der Hinterhand behalten, ohne dass die Spieler das sehen. Dann hier darf ich stehen bleiben. Muss allerdings dann auch bei der Bewegung eine Scheibe absetzen oder aufnehmen. Dann hier kann ich meinen eigenen oder mein eigenes Familienmitglied zurück in die Polizeiwache schicken und kriege dafür eben auch die entsprechende Belohnung nach den normalen Regeln. Dann hier kann ich das Postamt zweimal hintereinander ausführen. Auch eine nette Geschichte. Was haben wir noch? Ich glaube, so sehr viel ist es dann auch gar nicht mehr. Im Grunde stehen auch alle Karten, die es hier gibt, hier unten nochmal drauf. Das heißt, da muss man sich auch nichts merken. Man kann alles wirklich richtig schön nachlesen. So, das war jetzt eigentlich schon das komplette Spiel. Alle Regeln habe ich erklärt. Es gibt noch eine Zweispieler-Variante, die ein bisschen einfach das Zweispielerspiel auch interessant macht. Und im Grunde versucht man hier also Waren einzukaufen, Geld zu machen und natürlich möglichst viele Edelsteine sich zu holen in möglichst kurzer Zeit und den anderen immer ein bisschen zuvor zu kommen. Und ja, hat so ein bisschen Waren aufnehmen und wieder verkaufen. Also pick up and deliver. Und wer das Ganze dann am besten macht, der gewinnt natürlich das Spiel und freut sich. Das war jetzt fast schon eine vollständige Regelerklärung. Viel mehr braucht es eigentlich fast gar nicht mehr. Wie gewohnt fangen wir jetzt einfach mal bei den Komponenten an. Istanbul ist wirklich, sag ich mal, von der Aufmachung her richtig schön gestaltet. Also die ganze Grafik, das Artwork gefällt mir echt richtig gut. Klar, ist immer subjektiv, aber trotzdem echt gut gemacht. Die Symbolsprache ist sehr, sehr schön. Ein paar kleine Sachen könnte man besser machen, aber im Grunde ist es wirklich sehr, sehr gut, um reinzukommen und unterstützt einfach die Zugänglichkeit, die das Spiel hat. Zudem natürlich noch diese tolle Spielhilfe mit dabei, wo alle Karten, die es hier gibt, erklärt sind, wo der komplette Spielzug drauf ist, wo sich die Mitspieler wirklich nicht so viel merken müssen unnütz, sondern wo man einfach jeder Reihe nach lang gehen kann. Das muss ich einfach immer wieder loben. Die Komponenten sind solide Qualität. Wir haben gute Stanzteile, gute Pappteile auf jeden Fall. Die Rubine gefallen mir. Schön, dass es nicht einfach nur irgendwelche roten Würfe geworden sind, sondern auch ein bisschen thematisch rüberkommen. Ansonsten einfach solide gewohnte Qualität. Das Spielerische ist jetzt wie gesagt schon relativ leicht zu erlernen. Also man kommt hier sehr schnell rein. Das ist einfach durch die Spielhilfe, durch die Symbole, aber auch durch das ganz einfache Spielprinzip wirklich richtig gut unterstützt. Einzige Sache, was halt jetzt sozusagen komplizierter wird, ist dann das Spiel an sich. Also die Regeln sind einfach, das was man tut, ist durchaus gewissermaßen anspruchsvoll. Ich habe hier also so eine Art Pick-up and Deliver. Also ich nehme irgendwo was auf und schaffe es irgendwo hin und liefe es da ab und so weiter. Das hat man einfach hier mit drin, bewegt mich über diesen Spielplan. Man muss hier wirklich sehr viel logistisch nachdenken, nachgrübeln und überlegen, wie ich das Ganze jetzt am besten mache und wie ich das Ganze optimal spiele. Denn in vielen Partien entscheidet wirklich teilweise wirklich die letzte Zug oder Einzug über Gewinnen und Verlieren. Das ist immer sehr, sehr knapp. Das heißt, man muss wirklich sehr, sehr optimal spielen. Und das ist wirklich, wie gesagt, durchaus anspruchsvoll. Also nicht allzu einfach im Gegensatz zu den Regeln an sich. Ja, die Ortsaktionen an sich sind auch schnell erlernt, was man hier tut und macht. Das ist ja auch, wie gesagt, durch die Bildsprache unterstützt. Wirklich keinerlei Problem. Aber wie das Ganze jetzt interagiert, wie ich mich hier bewegen muss, das ist schon wirklich anspruchsvoll. Kommen wir gleich mal zu den variablen Spielaufbau. Die, sag ich mal, diese Standardversion ist wirklich gut. Also das ist so das, was sozusagen, denke ich mal, die normale Familie am häufigsten spielt. Aber Leute, die Istanbul öfter spielen, jetzt so wie ich. Ich habe das jetzt bestimmt über zwölfmal gespielt. Ja, da reizt es natürlich dann schon, das Ganze mal ein bisschen zufällig aufzubauen. Und das bringt auch nochmal ziemlich interessante Aspekte mit. Er nimmt mich so ein bisschen an The Minion. Ich muss mir vorher praktisch anschauen, was liegt aus? Wie liegt es aus? Und was könnte jetzt hier die beste Strategie sein? Ja, das Beste sein, wie ich hier agieren und vorgehen kann. Einspiel sind mir noch richtig einprägsam in Erinnerung. Da waren drei Felder optimal beieinandergelegen. Das war eine mega Strategie. Von uns hat es keiner kapiert. Und der Spieler ist hier immer schön immer nur im Kreis gelaufen und hat einen Rubin nach dem anderen abgestaubt. Ja, und das muss man eben, sag ich mal, als Kenner des Spiels dann erkennen und dagegen handeln. Das heißt, ich muss mich da mit in diese Strategie mit reinhängen, mich da anhängen. Da wird das Ganze nämlich schon deutlich weniger lukrativ für den anderen. Und dann kann es hier nicht zu Unausgewogenheiten kommen, sondern dann muss der andere eben gucken, wie man sonst so an seine Rubine rankommt. Also es kann unausgewogen sein, wenn die Mitspieler wirklich nicht erkennen, welches Potenzial eine bestimmte Konstellation hat. Wenn man es erkennt, dann kann man aber wirklich dagegen vorgehen. Man hat hier, sag ich mal, jetzt keine direkte Interaktion bei dem Spiel, sondern es ist alles sehr indirekt. Hauptsächlich ist es halt so, ja, ich springe auf irgendwas auf, was ein anderer gerade auch macht. Ich begebe mich in seine Nähe und ich versuche ihm zum Beispiel Felder zu blockieren beziehungsweise einfach teuer zu machen. Ich ziehe auf die Felder, die er vielleicht auch gerade möchte. Und das kann den anderen schon richtig ärgern und in die Quere kommen. Gerade wenn der Spieler vielleicht kein Geld mehr hat, ist es auch besonders gut zu überlegen, welches Feld will er jetzt unbedingt haben. Zieht drauf und dann kann er zwar hinziehen, aber er kann die Ortsaktion nicht ausführen. Das ist auch ziemlich gemein. Von daher muss man auch immer ein bisschen mit seinen Ressourcen haushalten. Man sollte nie sein Geld, denke ich mal, auf einmal ausgeben, sonst ist man ziemlich berechenbar und kann dann ganz schön auf die Nase fallen. Also, ja, wie ihr seht, da steckt eine Menge drin, gerade auch mit dem Variablen-Spielaufbau. Aber auch so, es ist immer wieder sehr interessant. Man muss wirklich auf die Mitspieler reagieren, wie sie ziehen, wohin sie ziehen. Oft muss man wirklich seine Pläne über den Haufen werfen. Dennoch kann man immer gut voraus überlegen. Man kann seine Möglichkeiten durchgehen. Es kann einmal was Blödes passieren oder es kann passieren, dass ich komplett neu alles überdenken muss. Aber im Grunde hält sich der Grübelfaktor hier echt in Grenzen. Und das ist auch das Schöne bei Istanbul, wie ich finde. Es ist, sage ich mal, wirklich ein Kennerspiel, ein anspruchsvolles, relativ anspruchsvolles Spiel, das er aber wirklich in kurzer Zeit spielen kann. Also, zu zweit reden wir hier von, sage ich mal, maximal 45 Minuten und selbst zu fünf. Mit Neulingen habe ich selbst da in 60 Minuten das Ganze gespielt gehabt. Also, man kann sich auch relativ gut auf die Angabe verlassen. Hier steht 40 bis 60 Minuten drauf und, ja, ich denke, je mehr die Spieler sich auskennen, je mehr sie eingearbeitet sind in das Spiel, umso flüssiger, umso schneller geht das Ganze und dann ist es wirklich wirklich zack, 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 am Zug, am Zug, am Zug und so weiter. Da hält meistens nicht die Grübelei auf, sondern derjenige, der da nicht checkt, dass er, ja, schon wieder dran ist. Also, das ist dann schon häufig der Fall gewesen. Was, ich bin schon wieder dran? Gibt's doch gar nicht. Wie schnell geht das eigentlich? Also, ja, von daher auch vom Spielfluss eine ganz nette Sache. Kommen wir zum Spannungsbogen. Ich finde das Spiel total spannend, gerade gegen Ende hin. Manchmal, in manchen Partien kommt es vor, dass schon abzusehen ist, wer gewinnt. In manchen Partien kommt es auch vor, dass ein Spieler total abgeschlagen ist und wirklich, man weiß, das wird nichts mehr. Ja, das kommt durchaus vor. Aber, ja, trotzdem finde ich es in den meisten Partien war es am Ende doch nochmal ganz schön spannend, weil es dann teilweise wirklich auf einen Zug oder eine Aktion dann nochmal ankam und sozusagen immer wirklich echt, ja, so ein bisschen kribbeln im Bauch auch und schon auch bei den einzelnen Zügen klappt das Ganze jetzt, wie ich mir vorstelle. Kommt mir einer irgendwie blöd daher und ich kann vielleicht das nicht machen, was ich möchte? Das kann natürlich immer passieren. Ja, an sich haben wir natürlich auch einen gewissen Glücksfaktor mit drin. Man muss bei manchen Feldern würfeln. Diese, ja, Leute bewegen sich und die können auch schon oft mal das Zünglein oder das Quäntchen, letzte Quäntchen sein, das einem dann fehlt. Wie die sich bewegen, das ist einfach nicht steuerbar. Karten habe ich natürlich einen gewissen Glücksfaktor, wobei ich ja bei der Karawanserei zumindest hier vom offenen Kartenstapel ziehen kann, was auch schon ein guter Vorteil sein kann. Aber es ist auch, sag ich mal, ein guter Schuss Glück mit drin. Das stört mich aber hier überhaupt nicht. Es ist ja jetzt trotzdem so, dass man hier durch gutes Spielen, durch gutes Taktchen, durch gute Planung trotzdem eine Menge rausholen kann. Ja, und der Glücksfaktor, finde ich, macht so den Geschmack des Spiels einfach noch so ein bisschen aus und trägt natürlich auch dazu bei, dass das Ganze eben nicht hier zu Grübeläugie wird und zu Analyses Paralysis führt. Ja, also, ja, wie gefällt mir jetzt Kämme ab? Also ich kann es wirklich empfehlen. Ich finde es eine gelungene Wahl für das Kennerspiel. Ich finde es auch ein gutes Kennerspiel. Ich denke, ja, Istanbul wird sich einreihen in viele in die Reihe der Spiele, die einfach, denke ich, dauerhaft gespielt werden. Das ist ja auch jetzt gleich schon bei der Deutschen Brettspielmeisterschaft mit aufgenommen worden als Spiel. Ich kann es eigentlich echt empfehlen. Es ist jetzt nicht das übermäßige Hammerspiel, aber ich denke, ein Spiel, das immer wieder rausholen wird, das durchaus lange seinen Spielreiz behalten wird, durch eben, ja, das interessante, einfache Spielprinzip. Und, ja, man kann es auch wirklich mit, sag ich mal, Gelegenheitsspielern durchaus mal auf den Tisch springend und da losspielen. Aber auch viele Spieler haben ihre Freude dran und ich denke deshalb, ja, wird es eins dieser Spiele werden, die sich relativ lange halten werden. Das ist so meine Einschätzung. Also mir gefällt es wirklich, nicht übermäßig, aber mir gefällt es auf jeden Fall. Und, ja, ich finde, es ist echt ein kolumnes Spiel, das sehr, sehr viel richtig macht und, ja, das richtig schön ist, gerade auch aufgrund seiner knappen Spielzeit. Ja, das war jetzt meine Rezension-System, meine Einschätzung und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Servus! Aus diesen 15 Karten wählt man sich jetzt einfach 5 Karten aus, denn es gibt 4 Runden und in jeder Runde kann man bis zu 5 Karten eben spielen, wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, nur 3. Denn in jeder Spielrunde gibt es genau 3 Kartenrunden. So, nachdem alle Spieler jetzt ausgewählt haben, legt jeder Spieler eine Karte verdeckt vor sich ab.